Der Zukunft beginnt. Und heute möchte ich mal eine andere Folge machen. Ich möchte heute mit euch mal mein Camp gestalten. Und hier ist noch ein Roboter, da können wir auch noch eine Quest machen. Aber ich würde mal sagen, dass wir einfach damit anfangen. Was können wir machen? Ach, also ich glaube, das Wichtigste wäre doch mal als erstes einen Boden. Schuss, Generator, Schutz. Böden. So. Ich würde mal sagen. Ähm. Ausstellen. Noch mal einen. Ah, komm hier rein. 90 Holz haben wir noch. Na, also. Ich brauche ein bisschen lang. Okay. Escape. Gut, dann haben wir doch hier schon eine kleine Fläche, wo wir doch noch ein paar Böden hinzufügen können. Und hier noch einen. Okay, lassen wir den mal umschalten. Okay. Das wären dann nur so kleine Böden. Ähm. Das kann ich nicht bauen, weil ich da noch keinen Bauplan habe. Ähm. Und das ist da. Das ist ein Fundament. Alle gebaut müssen auf einem Fundament errichtet werden. Ah ja, da habe ich keinen Beton dafür. Aber manche. Ich weiß nicht, das letzte. Ah, das kann ich auch bauen. Aber manche, da braucht man. Also für alle braucht man Baupläne. Und ich habe nur nicht, nicht alle. Oh, kleine. Gegenstellen kann nicht passieren, wenn das da los auf einem. Ah ja, sollen wir gleich Wände auch machen. Hm 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 hm. Ja, komm. Hier so eine kleine Mulde. Mhh ja. Da. Da da. Ja. haben wir hier noch und wir haben okay aber eigentlich das holz nur für was anderes hier dächer brauchen wir eigentlich noch nicht treppen türen eine kochstation da haben wir noch was kochstation so mitten in der hau rein hat auch ein bisschen einen flair hier können wir noch habe ich zu viel holz ausgegeben eine rüstungswerkwerkband machen hier können wir um geschützt produziert strom überhaupt nicht generator da brauchen wir nichts und generator würde ich auch gleich bauen der kommt so jetzt haben wir gehen mal kurz raus unseren ersten generator und unsere erste kochstation gemacht und so sieht eigentlich unser kleines häuschen aus ganz nett zeigt dazu mal ok den kann ich jetzt schon nicht mehr machen da brauche ich baublende dazu strom und schlüsse ich bisher nur nicht stromleitung licht brauche ich jetzt nicht nahrung wäre nicht schlecht was können wir da her machen die letzte zwei dünge und tato wo stellen wir sie mal hin ok was redet der roboter machen wir einfach mal hier alles voll oder was ist das andere noch klingenkorn das machen wir mal woanders hin wo können wir sie mal setzen wir es mal hier hin aber ich möchte eigentlich nur ein bisschen mehr tato pflanzen so da kann ich mal ruhig sein aber das hätte ich auch mal herstellen können okay oh das hätte ich auch das mal herstellen können upsala egal ähm wasser hat äh können wir können wir das bauen und das ist okay da hätte ich mich eh ah nein hier kommt jetzt was aus äh für wasserpumpen braucht man wasser das sind dann sicher ressourcen düngeproduzent baut 0 von 1 für eine bauklärung das wäre auch nicht schlecht ein bett brauchen wir eigentlich nicht ach so eine truhe wäre nicht schlecht die kommt so ähm ins Eck rein vielleicht ein bisschen mittig ach ja was ist das hier äh kleine vorratsgestücke ok wollen wir nicht bodendekoration oh da gibt es auch viel dekoration boah so eine statue wäre doch cool wie im echt äh wie im fallout trailer vorkam regale also das finde ich auch cool da kann man jetzt seine ähm oder alles baubleiben kann man jetzt waffen oder sonst was präsentieren ah das ist ein verkaufsautomat den kann man dann in der welt aufstellen da kannst du sachen verkaufen glaube ich jetzt mal und das können dann halt andere spiele kaufen ok 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 jetzt haben wir einen generator umsonst gebaut oder ähm was könnte man noch brauchen bilden haben wir jetzt von dem generator kann man wasserpumpen antreiben mhm geschützt wäre nicht schlecht gibt es da irgendwie so ein geschützturm wir gehen zurück zu böden ähm holz kann man einbauen der wird gegen ja da haben wir zu wenig holz äh nicht hier doch tatsächlich ähm besorge ich kurz ein bisschen holz und dann sehen wir uns gleich wieder so so zurück angekommen brauche ich schnell hier noch eine treppe ähm hab noch ein bisschen holz gesammelt kann man eigentlich bei solchen wenn er nicht backen würde ok ähm kann man immer bei solchen holzstämmen sammeln sammeln aber der packt nicht sondern ich bin im baumenü drin deshalb ok hm 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 büden so dann haben wir schon eine zweite etage und dann können eigentlich ja auch die rechten ein so noch eine etage drauf drauf ja komm mach 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 ja ach verdammt kann man das irgendwie abreißen schau ich einfach mal nachher mal und dann kommen wir zum highlight wie bauen ein geschütz so und fallen bauen wir mal die erste etage muss gerade überlegen wir machen wir so einmal kommt hier bereich darüber vielleicht noch ein bisschen ausbauen dann gehen wir noch mal zurück böden sind verschiedene da gibt es verschiedene und kunststraßen gibt es verschiedene ok es verschiebt in die Variationen ja ähm Oh, komm So, lieber Hast du gerade wo er Das ist mein, ich bin echt blöder Das ist ein bisschen rum oder Oh Ah, wir, kein Holz, okay Was bleibt mir da übrig, außer Noch mehr Holz zu farmen Also, bis gleich So, da haben wir jetzt doch Noch ein bisschen Holz gefunden Ah, eh Hallo Okay, ähm, war gerade ein bisschen nach oben Und jetzt bin ich ein bisschen runtergefahren Oh, ja Aha Okay Ist hier keine ganze Platte mehr Aber wieso Ich habe doch hier eine Platte Hm, ähm Ähm Wollen wir Erstmal Erstmal Und Wollen Wollen ich doch gar nicht Ähm Erstmal Hm Ah, ja Okay Dann haben wir hier ein paar Lücken drinnen Ähm Ja Ja Sieht nicht so gut aus Ah Ich mach mal nachher Ja So So Da Da Ah Wieder kein Holz Ah Müssen wir mal Sieh mal Nach der Folge mal schauen Wir können hier nur unsere Tato Pflanzen Ernten Oh Nein Noch ernten Eine Und die nur nicht treff Okay Hier noch eine Und was macht unser Gras hier Es schwebt in der Luft Klingenkorn Und es wächst Gar nicht mal so langsam Nicht schlecht Also Da haben wir ja doch schon ein bisschen was geschafft Wurde dann auch sagen Das war's dann für die Folge War eine kurze aber knappe Folge Wir haben eigentlich Unser Irrsches kleines Zuhause Gebaut Mit einem Generator Eine Kochstation Und eine Truhe Und dann verabschiede ich mich Ähm Lasst doch ein Like und ein Abo da Ich hoffe euch hat die Folge gefallen Und tschau Leute War 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 never changes 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 War never changes